Bienen und Blumen, was ja immer eine Mischung ist aus Forschungsprojekten, Dokumentarfilmen. Wir so ganz naiv eigentlich erstmal in Bienen und Blumen versucht haben, so ein Land Urba zu machen. Es gibt gerade so viel Potenziale und Chancen, wenn man so seinen Blick umkehrt. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.